Was bringt das Herz des FC Bayern zum Schlagen? Es sind all jene, die mit ihren Ideen das Spiel verändern. Die Trainer, die das Rasenschach und das taktische Spiel entwickelt haben. Es sind die Spieler, die den Libero erfanden, das Torwartspiel veränderten und zu Raumdeutern wurden. Es sind die Giganten, die neue Dimensionen erobern. Es sind die Millionen von Fans, die Erfinder der Gesänge und Schlachtrufe. Und dann gibt es diejenigen, die bis ins kleinste Detail gehen, um Dinge noch besser zu machen. Sie erfinden den Rasen neu. Und revolutionieren Mobilität, Sicherheit und Energieversorgung. Mit digitalen Lösungen verbinden sie die virtuelle und die reale Welt, um so das Spiel immer weiter zu optimieren. Sie setzen neue Maßstäbe. Und verwandeln Schuhe in Tourmaschinen. Ja, Ingenuity kann Legenden schaffen. Gänsehaut, Wunder, magische Momente. Und absoluten Wahnsinn. Siemens. Ingenuity for Life. Und wir wollen es um ein derechosular zu machen.